Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Was will der Lama mit dem Gewehr? Der Film startet am 1. August in den deutschen Kinos, ich bin Nessu, ich starte immer in den deutschen Kinos, ich bin allwissend und bei mir ist heute die Lida, hallo! Hallo! Lida, wir beide konnten uns diesen Film im Vorfeld ansehen und ich muss gleich zu Beginn mal wieder eine meiner Beichten von mir lassen. Ich habe von dem Film davor schon grob gehört, ich habe den Titel aber immer ein bisschen falsch verstanden und habe das der Lama immer mit das Lama verwechselt und dachte, wir sehen hier vielleicht so eine Art Animationsfilm über einen Lama, das mit einem Gewehr hantiert, aber nichts könnte ferner sein, oder? In der Tat, aber das liegt auch vielleicht daran, dass der vorherige Film des Regisseurs mit dem Namen, hoffentlich spreche ich das jetzt einigermaßen richtig auch, Pavo Choining Dorji. Diesen Film hatte der Ayak in the Classroom, also ein Ayak im Klassenzimmer hieß und man deswegen immer an Lama dachte, weil das ja irgendwie daran anknüpfen könnte. Tut es aber nicht, es ist ein separater Film, der nicht mit dem anderen zu tun hat und der Originaltitel The Monk and the Gun trifft es vielleicht etwas besser als Was will der Lama mit dem Gewehr? Ja, wobei The Monk and the Gun könnte man auch vielleicht meinen, dass es so eine Art John Wick-Klon ist mit einem Mönch, der irgendwie dann zur Kanone oder eben zum Gewehr greift, aber auch das könnte ferner nicht sein, wobei der Titel lügt nicht, der Originaltitel, es geht um einen Mönch und es geht um ein Gewehr. Um was es jetzt genau geht, Lida, das kannst du uns eben kurz erklären. Der Film spielt in Bhutan, dem Land, aus dem auch der Regisseur kommt, und zwar im Jahr 2006, was wichtig ist, denn in diesem Jahr ist Bhutan als eines der damit jüngsten Länder der Welt in die Demokratie übergegangen von der Monarchie. Und an diesem Punkt befinden wir uns also, in dem die bhutanesische Bevölkerung vorbereitet wird auf die Wahl, die die Leute alle gar nicht so richtig zu verstehen scheinen. Also ihnen ist das Prinzip der Wahl schon da, aber sie lieben ihren König, alle sind wunderbar glücklich und oft wird ja Bhutan auch als das Land, in dem die Leute am glücklichsten seien, beworben. Wir haben hier auch wunderschöne Bilder, ein bisschen wie aus dem Reisekatalog und es zieht auch schon einen Touristen daher, nämlich einen Amerikaner, der ein bestimmtes historisches Gewehr kaufen möchte, das es irgendwie aus dem Bürgerkrieg dorthin verschlagen hat. Dieses Gewehr gerät aber durch allerlei Umstände in die Hände eines jungen Mönchs, der es seinem Lama bringen sollte. Und da der Lama eben kapitalistische Geschäfte recht schlecht fürs Karma findet, ist er auch nicht so einfach bereit, sich das abzukaufen lassen von dem Ami. Und diese ganzen Geschichten und noch zwei, drei weitere vermischen sich dann zu einem episodisch, leicht politisch-satirisch angehauchten komödiantischen Film. Ich würde diesen Film mit einem Wort beschreiben, tiefenentspannt. Ich saß selten im Kino und habe so eine tiefenentspannte Geschichte gesehen. Nicht falsch verstehen, das heißt jetzt nicht, dass in dieser Geschichte nichts passiert, dass diese Geschichte nichts zu erzählen hat, ganz und gar nicht, wie schon in der Synopsis angedeutet worden ist, da passiert allerhand. Aber alleine wie der Regisseur, der auch das Drehbuch geschrieben hat, das Ganze inszeniert, mit welcher Ruhe, aber auch mit welcher Gelassenheit er es teilweise inszeniert, fand ich sehr beeindruckend, vor allem weil es trotzdem immer ein gewisses Tempo hatte. Also es ist kein Film, den ich unter Slow Cinema oder einfach eine langsam Geschichte verbuchen würde. Der ist jetzt kein ultraschnelles Werk, aber er hat trotzdem ein gewisses Tempo. Das zusammen mit der tiefen Entspanntheit sorgte dafür, dass ich mir wirklich dachte, hey, ganz ehrlich, wenn das ein Film wäre, der nicht aus Wutan käme, sondern eine amerikanische Produktion und dann hättest du noch ein, zwei Stars dabei, das wäre ein Film, der würde Millionen machen. Aber er würde ja vermutlich bei uns, nehme ich mal an, den Kinos eher untergeben, was schade ist, oder? Ja, der Film ist jetzt auf diese Art gemacht, dass es schwerfällt, ihm wirklich böse zu sein. Er hinterlässt aber meiner Meinung nach auch einige ambivalente Aspekte. Zum einen erscheint es hier nämlich so, als ob Demokratie eigentlich völlig überflüssig sei. Und diese Darstellung, die wir da sehen, dass alle da satt, glücklich und zufrieden in den Tag hinein leben, beherrscht von einem guten König, das hat dann etwas doch zu sehr Märchenhaftes. Und dass die Demokratie dann sogar fast zwischen der Bevölkerung zu Streit führt, also tendenziell eher negativ konnotiert ist als eine Art überflüssige Neuerung, die auch unnötig kompliziert scheint für die recht einfach gestrickten Menschen, die, so wie sie uns dort im Film dargestellt werden, das hatte bei mir dann irgendwann doch einen recht unangenehmen Nach- und Beigeschmack. Denn das ist ja nun einfach nicht die Realität auf der Welt. Und ganz ehrlich, ich war noch nie in Bhutan oder auch nur in der Nähe. Trotzdem frage ich mich, ob das dann ansatzweise die Realität dort sein kann. Da ich den Film tatsächlich immer mehr verstanden habe als Märchen, obwohl er sich ja auf wahren Geschichten basiert, also gerade die Einführung der Demokratie, wie gesagt, war es für mich nicht so schlimm, dass er diese, ich möchte auch schon sagen, vielleicht antidemokratischen Äußerungen macht. Fand ich nicht so wild, weil ich das tatsächlich immer als Märchen wahrgenommen habe. Ich fand es auch ganz schön, dass dieses Märchen eben auch mal gezeigt hat, so wie Leute miteinander agieren und immer so schön aneinander vorbeireden. Alleine halt die Erwartung dieses amerikanischen Waffenhändlers, wenn der das erste Mal da ankommt und erst mal komplett irritiert ist, wenn er mit diesem kleinen Wagen abgeholt wird, dieser, wie heißt es schon, Culture Clash. Das ist sehr vergnüglich gemacht, aber das Schöne ist, dass der Regisseur dabei irgendwie niemanden so richtig bloßstellt. Das hat mir gefallen. Und ich muss sagen, ja, was du sagst, stimmt. Diese antidemokratische Message hat der definitiv. Aber wie gesagt, ich finde, sie hat nicht so den Impact auf mich gehabt. Tatsächlich, glaube ich. Ja doch, so kann ich es stehen lassen. Ja, und dann gibt es eben aber noch einige mehr Nebenhandlungen. Zum Beispiel haben wir da auch ein Mädchen, das mit seiner Familie eben lebt und tendenziell ermuntert wird, in eine größere Stadt zu gehen, um dort eben eine bessere Ausbildung zu erhalten. Und auch dieser Handlungsstrang suggeriert, dass sie doch eigentlich alles in ihrem Dorf bei ihrer Familie lernen würde und diese Trennung ihr eigentlich gar nicht gut tut und auch selber sie eher bedrückt. Und so, dass dann eben auch diese Bildung, insbesondere was wir hier haben, nämlich Frauenbildung, die ja nochmal ein ganz anderes Thema ist als Allgemeinbildung, weil in vielen Ländern ja Frauen und Mädchen zum einen viel seltener die Chance bekommen, gerade im globalen Süden oder in sehr antidemokratischen Ländern wie zum Beispiel Iran, Irak, dass den Frauen der Bildungszugang entweder vehement sogar verwehrt wird oder sie einfach viel weniger Chancen haben, den zu kriegen, weil Bildung mit Geld verbunden ist und es dann heißt, das ist nicht nötig, brauchst du nicht oder haben wir kein Geld für, zumindest nicht für unsere Töchter, nur für unsere Söhne. Dass das denn ebenfalls als überflüssig oder sogar tendenziell schädlich oder familienzerstörend dargestellt wird, finde ich ebenfalls sehr fragwürdig. Auch wenn das hier auf so eine ganz harmlos, liebenswert fast nette Art gemacht wird. Aber da frage ich mich denn wirklich, was sind das hier eigentlich für Pillen, die uns mit einer Zuckerglasur verabreicht werden? Also, ja. Ich hatte tatsächlich nie das Gefühl, dass das, also für mich war das eher so die tragische Komponente des Films, dass diese eine Frau halt wirklich halt diesen Ausbruch eigentlich machen möchte, dass sie woanders glücklich werden möchte, dass sie ja so ein bisschen indoktriniert wird, dass sie hier aber in ihrer jetzigen Position einfach, dass sie einfach dahin gehört. Also ich hatte das mehr verstanden aus meiner Perspektive, dass das schon eher so die tragische Seite der ganzen Medaille ist. Weil ich auch sagen muss, dass diese ganzen Leute, also ihr Ehemann und ich glaube, ihre Stiefmutter ist das, die ihr da so zureden, auch jetzt nicht gerade die größten Sympathen sind. Also ich finde, dass der Regisseur es relativ gut hinbekommt, die schönen Seiten zu zeigen. Natürlich sind das auch Klischees und Stereotypen und das ist natürlich alles arg romantisiert. Aber ich finde, dass er auch halt zeigt, dass da immer noch die Gefahr drin steckt, dass man auch ein bisschen festgehalten wird. Man hätte es deutlicher ausbauen müssen oder können. Das steht außer Frage meiner Seite. Aber ich, wie gesagt, ich habe es tatsächlich anders wahrgenommen als du. Ja, dieser Film generell hat eine Botschaft, die eben, wie man vielleicht sagen könnte, zusammengefasst werden könnte mit Carpe Diem. Lebe im Augenblick, genieße den Moment, konzentriere dich auf das, was du hast und strebe nicht unbedingt nach mehr. Aber zum einen ist das sehr ambivalent, denn es setzt ja voraus, dass man mit dem Hier, Jetzt und so weiter vollkommen glücklich ist. Es unterbindet auch jeden Fortschritt, jede Entwicklung, jede Diversität. Wir haben das auch noch mal verstärkt nur dem Aspekt, dass die Leute dieses Orts, so ein kleines ländliches, dorfmäßiges Szenario, in dem es das Ganze abspielt, die sollen eine Art Übungswahl abhalten, wo dann einfach nur willkürlich Teams in Farben aufgeteilt werden. Und es wird ihnen gesagt, jede Farbe repräsentiert jetzt bestimmte Qualitäten. Und um quasi zu proben, was bei der Wahl passieren würde, weil man offenbar davon ausgeht, dass die Leute da so wenig abstrakt denken könnten, dass eine Erklärung eines Wahlprinzips nicht ausreicht. Sie müssen es üben. Da wird dann eben gesagt, dass unter anderem Gelb für Konservativismus stünde, also für die Bewahrung von Traditionen und des Status Quo. Und was für eine Überraschung, natürlich ist bei der Übungswahl dann Gelb die Farbe, die gewonnen hätte. Was dann auch nochmal zeigt, alle wollen eigentlich nur, dass alles so bleibt, wie es ist. Und Veränderung ist gar nicht gewünscht. Und dem, ja, das ist halt eine unglaublich, wirklich reaktionäre und traditionalistische Position, die hier vorgestellt wird. So habe ich es zumindest jetzt gelesen, basiert es ja auf wahren Begebenheiten, dass ja auch wirklich diese Testwahlen so ausgefallen sind. Es ist ja auch gar nicht so, dass man das jetzt leugnen sollte. Die Frage ist, wie präsentiert man ist, wie framet man ist. Und im Film wird es eindeutig so geframed, A, die Leute sollten nicht demokratisiert werden. Demokratie ist grundsätzlich eher was, was nur Zwietracht und Streit bringt. B, wenn sich nie irgendwas verändert, ist es doch ideal. Wenn nie irgendjemand aus seinem Ort, aus seiner Suppe rauskommt, dann sind alle am glücklichsten. Und das auch so darzustellen, also das ist halt sehr fragwürdig. Es gibt ja vielleicht durchaus Leute, die mehr wollen. Dann einfach nur zu sagen, sei glücklich mit deinem Garten, deinen Blumen. Du brauchst keinen Fernseher, du brauchst kein Handy. Du musst nicht in die nächste Stadt gehen. Aber was ist denn, wenn das jemand doch mal möchte? Also das ist ja einfach diese Suggestion, dass die Leute, die mehr wollen, einfach nur irgendwie vom Kapitalismus verblendet sein und da gar keine positive Option für besteht. Und auch diese Glücklichkeit, das ist, finde ich, einfach nur eine Behauptung. Ich stelle das einfach in Frage. Das ist für mich ein fast schon touristisch-westlicher Mythos, dass die Leute da so glücklich seien, denn auch oft verbunden mit Besitzlosigkeit, was dann sehr nah ist am Klischee des glücklichen Armen und das hat für mich einfach einen sehr üblen Beigeschmack. Also ich, ja, ich konnte das einfach nicht gut finden. Also eben, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich fand das gar nicht so wild, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, weil ich komme ja wieder zurück, für mich war das ein Märchen. Ich habe das nicht als ein, oder nehme diesen Film nicht wahr, als eine, in Anführungszeichen, reale Geschichte. Natürlich sind da natürlich Sachen dabei, die auf wahren Begebenheiten basieren. Und soweit ich es mich jetzt informiert habe nach dem Film, sind ein paar Sachen auch wohl so passiert. Und Bhutan scheint wirklich eines der glücklichsten, aber gut, wie will man das ausrechnen? Das ist irgendwelche verkackten Studien. Woila, wen hat man da befragt? Und vor allem die Frage, Glück ist ja relativ. Also man kann zum Beispiel, wenn man Leuten jetzt zum Beispiel eindoktriniert von klein auf, beschwer dich nicht, dann würden vielleicht auch die Leute, also wenn du die Leute in Nordkorea zum Beispiel fragst, wer ist der Beste, dann sagen sie vielleicht, ja, ja, hier, Kim Jong-il. Ist das denn real? Ist das denn, heißt, ist es denn wirklich deren Meinung, oder ist das irgendwas, was denen von klein auf so eintrainiert wurde? Also es sind ja auch Fragen, wie wächst man auf? Also was wird einem vermittelt, welche Werte man haben soll? Ich glaube halt einfach, dass dem Regisseur das echt scheißegal ist, um es mal so zu sagen. Und das ist, was du da äußerst, ist eine legitime Kritik, aber ich finde, das ist nicht die Art von Film dafür. Ja, das kann man ja so stehen lassen. Also wir haben ja dargestellt, also ich habe die kritischen Sachen angemerkt, du hast die positiven Sachen angemerkt, die ich jetzt auch nicht abstreiten möchte. Der Film hat ein märchenhaftes Setting, er ist definitiv märchenhaft gemacht. Märchen können natürlich auch nicht mehr zeitgemäß sein. Also nicht alles, was bei den Gebrüdern Grimm mal im Märchen stand, ist deswegen unbedingt ideal oder wunderbar. Welchen Nutri-Score hat das Lebkuchenhaus eigentlich? Genau, oder die Augen aushacken, den bösen Schwestern von Aschenbrödel, das, aber naja. Die Ferse abschneiden ist auch schön. Genau, abhacken, oder auch dieses wunderbare Märchen, wo die Mutter ihr Kind kocht und dann allen zum Essen vorsetzt. Das kenne ich noch nicht, aber es klingt interessant. Ja, müssen wir auch mal in den Grimms-Märchen-Podcasts machen. Ja, okay. Ah ja, der Film ist natürlich auch sehr märchenhaft in Szene gesetzt. Wir haben hier malerische Bilder, Postkarten, Panoramen, wie man sie sich nur wünschen kann. Es scheint nie zu regnen. Ich dachte halt wirklich, manchmal, das sieht halt so aus wie diese Ortschaften, wo die indischen Produktionen immer ihre romantischen Szenen drehen, irgendwo in der Schweiz oder Österreich oder so. Es sieht halt wirklich so in Anführungszeichen unasiatisch aus. Also wenn ich an Asien denke, nicht an diese Landschaften, die sie da gezeigt werden, das sieht halt wirklich, also ja, fast schon europäisch aus. Also so blöd das klingt. Vielleicht nur Rübezahl, der vorbeikommt. Das fand ich auch ein bisschen irre. Auch so, weil, wenn ich halt wieder dann mich hinterfragen musste, okay, ich denke an Asien und dann denke ich halt irgendwie, ja, da muss aber irgendwie an jeder dritten Ecke irgendwie ein Gong und ein Buddha stehen und da sieht es einfach nur diese grünen Weiten und das war schon krass. Ja, die Kamera ist sehr hübsch, sie ist gefällig. Allerdings muss ich ja eben auch wieder sagen, das ist so ein Aspekt, den ich eigentlich durchgehend an diesem Film, ich unbedingt benängeln, aber doch anmerken möchte, alles ist gut, aber nichts ist wirklich besonders oder herausragend oder irgendwie einprägsam. Es ist so ein Film, das ist wie so ein Spaziergang durch eine Sommerwiese. Man geht da lang, es ist ganz nett, aber man sieht auch nichts oder lernt nichts oder nimmt nichts irgendwie wahr, was sich irgendwie dauerhaft einprägen würde. Alles ist gefällig, es ist milde, unterhaltsam, aber auch in keiner Form irgendwie spannend, besteht keine Spannung, es ist auch nicht dynamisch. Man kann ab und zu mal ein bisschen lächeln, aber hat nie wirklich was zu lachen. Was du sagtest, tiefenentspannt, ich würde auch sagen, man könnte auf der anderen Seite sagen, ein bisschen lahm. Wie, Lama. Ja, Lama. So ein Händnis. Auch die Darstellungen sind oft naturalistisch, zum Teil haben wir ja auch Laiendarstellende. Sie sind gut, sie sind ausreichend, aber wir sehen hier jetzt auch kein besonders tolles Schauspiel. Alles ist ganz nett. Nee, auf gar keinen Fall. Da gebe ich dir auch recht. Also da gebe ich dir wirklich zu 100 Prozent recht. Das ist alles wirklich nett und es ist nichts dabei, wo ich sage, das ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Es ist auch nichts dabei, wo ich sage, es ist wirklich großartig. Es fließt so vor sich hin. Manchmal, der Witz ist so ein bisschen fast schon lakonisch, also gerade, wenn es darum geht, dieses Gewehr zu verkaufen und wie dann diese Amerikaner halt immer wieder wirklich nicht so richtig weiß, wie er auf die Leute reagieren soll mit ihrer Freundlichkeit. Das sind alles ganz, ganz nette Momente, wo ich vielleicht auch sagen würde, wenn da jemand die Regie inne hätte, der oder die vielleicht ein bisschen mehr erfahrener in Sachen Komik sind, dann glaube ich, hätte der Film auch die Chance gehabt, wirklich als richtige Komödie durchzugehen. Aber so ist es so, ja, alles so ein bisschen, das stimmt schon. Und ich würde Ihnen auch noch diesen Tag geben, Feel Good Movie. Und wenn ich bedenke, dass der letzte Film, der mit Feel Good Movie beworben worden ist, hier dieser unsägliche Oh la la mit Christian Klawe ist, sage ich euch ganz ehrlich, dann guckt euch die mit den Namen mal mit dem Gewehr an als Oh la la. Ja, aber ich meine, ich möchte auch noch mal anmerken, dass nicht alles in Butan so Sonnenschein ist, wie wir es hier jeden Tag in dem Film haben. Zum Beispiel war es ja auch mal so, dass sowas solche Dinge wie zum Beispiel Internet oder sogar Fernsehen in Butan regelrecht verboten war und zwar bis in die 90er. Und das hat dann doch schon etwas sehr Diktatorisches und das ist eben doch dieser Aspekt, den ich meine, welche Perspektiven hatten die Leute da? Was wissen die überhaupt von der Welt? Welche Wahl oder so haben die, wenn man komplett auf seinen kleinen Mikrokosmos zwanghaft wie unter einer Glasklocke beschränkt wird und man denn irgendwie denkt, ich will nirgendwo anders hin, weil hinter der Wiese da drüben die Welt zu Ende ist, mehr oder weniger oder weil alles außerhalb unseres Landes ganz furchtbar ist, so wie es einem eindoktriniert werden kann, dann ist ja auch diese Frage, warum möchte ich nicht weg, eine ganz andere als wenn man ein komplexes Bild und ein realistisches Bild von der Welt hat und sagen kann, okay, das könnte mein Leben auch sein. Ich will damit gar nicht diese Existenz, die da zum Teil in diesem Ort geführt wird, als grundsätzlich schlecht oder dass sie einen unglücklich machen würde, darstellen, sondern einfach nur sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das für jeden was ist und solche eher negativen oder kritischen Aspekte tauchen halt in gar keiner Form auf. Es ist wirklich, als wäre das ein Werbefilm für Butan, was aber auch wieder paradox ist, denn was würde so ein Werbefilm als erstes anziehen? Tourismus natürlich und dann fragt man sich, wenn die da nur in Ruhe gelassen werden wollen, warum dann Tourismus? Also es ist alles so ein bisschen, ja, nee. Ja gut, dann hatte halt Butan mal ein paar Jahre Fernsehverbot, ich meine, wir alle hatten mal, waren mal jung und hatten strenge Eltern, ich würde das jetzt nicht so in ihrer Kante nehmen. Ich habe noch zu sagen, ich finde es schade, dass sie ausgerechnet den schlechtesten Daniel Craig James Bond Film nehmt, um ihn zu referenzieren, aber gut, man kann nicht immer der Gewinner sein. Ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen zu dem Film, außer mein Fazit, hast du noch irgendwas, was loswerden möchtest? Nö. Dann fang mal an, dein Fazit zu, was will der Lama, der Lama, nicht das, der Lama mit dem Gewehr? Ja, eine märchenhafte Filmfabel ist das, die uns hier präsentiert wird. Alles in allem ganz nett, aber doch mit einigen für mich zu ambivalenten Untertönen, um sich ganz darin einfach nur wohl zu fühlen. Die Welt, die wir hier sehen, ist sicher eine Scheinwelt und die Idealisierung dieser Scheinwelt hat etwas mehr als Ambivalentes. Hier scheint buchstäblich jeden Tag die Sonne und dass es da auch einige Wolken gibt, das soll nicht gesehen werden. Die antidemokratischen und zum Teil auch anti-edukativen Untertöne, die da drin sind, haben für mich dann doch etwas zu paternalistisches und auch wenn ich nicht glaube, dass dieser Film irgendjemandem schaden würde oder mit einer ja, finsteren, konservativen Absicht oder dergleichen gemacht sei, ist das nichts, das ich wirklich uneingeschränkt empfehlen kann oder empfehlen möchte. Gut, äh, ich fand den Film wirklich nett, ähm, märchenhaft in seiner Inszenierung, die Tiefen entspannt, ich muss auch ehrlich sein, es hat auch sich nicht so viel bei mir festgehangen. Also ich hatte eine gute Zeit, als der lief im Kino, die 100 Minuten, die er läuft, bin rausgegangen, hab ein paar meine Gedanken gemacht, war interessiert daran, ein bisschen mehr über Bhutan zu erfahren, das hab ich dann mir dann angelesen und, äh, war eine angenehme Zeit, äh, die Kritikpunkte, die genannt wurden, sind auf jeden Fall legitim und richtig, die Frage ist, wie man sie wertet oder gewichtet, ich für meinen Teil, ja, ich bin da cool mit, um das so auszudrücken und sage euch, wenn ihr Lust habt auf einen, in Anführungszeichen, Feelgood-Movie, dann könnt ihr euch gerne am erst, ab dem 1. August, was will der Lama mit dem Gewehr anschauen ähm, und ich glaube, es ist sogar eine bhutanische Produktion, das heißt, wenn ihr dafür eine Kinokarte kauft, dann unterstützt ihr das Kino von Bhutan, das ist bestimmt auch nichts Schlechtes und von daher, danke dafür. Wenn ihr uns unterstützen wollt, äh, wir sind nicht aus Bhutan, wir sind aus Internet, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr unsere Podcast hört, liked und auch gerne kommentiert, wo könnt ihr das tun? Überall dort, wo es Podcasts und Likes gibt, denn da sind wir vom Tele-Stammtisch, außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tede-Stammtisch.de und seit einiger Zeit sind wir haben, auch bei Discord unterwegs, haben dort einen Community-Server, der schon eifrig frequentiert wird, da könnt ihr uns auch finden, da könnt ihr uns schreiben, Anregungen geben, Feedback geben, mit anderen Leuten Quatsch machen, was immer ihr wollt, einfach bei tede-Stammtisch.de slash Discord, da werdet ihr fündig. Vielen Dank bis hierhin, vielen Dank an dich, Dieter, vielen Dank auch an mich, ich finde das war eine ganz solide Leistung und ich sage Tschüss und Dieter, dir gibt das letzte Wort. Ja, bevor ich mich endgültig verabschiede, wollte ich noch kurz was zur Produktion sagen, also es ist tatsächlich eine butanesische Co-Produktion, Taiwan, Frankreich, Hongkong und die Vereinigten Staaten haben auch mitgemischt, aber das ist ja auch völlig legitim und nicht überraschend bei einem relativ kleinen Land und hier hat der Darsteller des US-amerikanischen Möchtegern-Gewehrkäufers wirklich den besten Namen aller Zeiten, nämlich Harry Einhorn. Stellt euch vor, ihr heißt Einhorn mit Nachnamen, geht das irgendwie besser? Ich sage Nein und damit macht's gut. Er sollte Pornos drehen. Auch das geht. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.